Oh, wir spielen ja wieder ranked jetzt. Jetzt geht's ab, Leute. Jetzt geht's wieder ab, ranked. Willow nehmen jetzt momentan voll viele. Soll ich mal versuchen, dass wir die nehmen? Hat sie erledigt. Sehr gut. Wer fackt mich noch ab? Mei, hat gar keinen Bock. Soll ich irgendwie einen Bann, einen Vorschlag? Bann Torwald. Ja, der Torwald für mich ist kein starker Tank, mal abgesehen von seiner Ulti. Hat sich erledigt. Haha, perfekt. Ich glaube, der Dredge hat aber Dredge nicht ganz verstanden. Entweder Karten, die es früher gegeben hat, gibt's nicht mehr. Oder der hat keine Ahnung, was der macht. Makowa links. Die haben alle, die haben alle geflankt. Die flanken alle. Ich merk schon, in der Mitte ist, glaube ich, voll chillig. Sind alle bei dir. Makowa ist low. Sind eigentlich alle ziemlich low, gleich. Ich finde, ist der Einzige, der gerade zum Nütig ist. Kahn, verfolgt mich, what the fuck. Was machst du? Ah, ich bin gestorben. Oh, Junge. Kahn hat mich komplett über die Map verfolgt, Alter. Was ist dein Problem? Wir haben aber gut Prozente gemacht in der Zeit. Makowa low. Janice hat komplett aufgegeben, hab ich gehört. Gut, Kahn ist tot. Äh, links ist jemand. Äh, ja. Linke Flanke, Eevee. Ich muss jetzt gerade einen Trailer entschieden. Ich hab Sinn. Äh, Eevee ist jetzt gerade in der Mitte, hat uns das Service gekillt. Äh, scheiße, scheiße, scheiße. Nein. Mein Gott. Makowa hat mich runtergezogen. Aber. Aber der ist slow, der zieht sich zurück. Wir haben, wir haben eigentlich ganz gut unter Kontrolle hier das Playload. Was machst du denn? Was ist denn Kahns Problem? Nicht nur, dass sie zwei, zwei Flanker gepickt haben, das Team. Kahn flinkt halt auch noch. Alter, das treffe ich ja gar nichts, wenn der Janice mich hochhebt. Scheiße, ich bin ja hier gestorben. Ja, ich hab Eevee aber getötet. Ich hab Janice auch. Alter, wir töten, wir töten aber, wir töten die so weg. Das ist unglaublich. Ah, Service hat ihre Ult gejoggt. Perfekt, Eevee ist tot. What? Janice ist halt einfach gerade durch, hat gerade einfach im Flug geflogen. Oh shit, ist er durch die Luft geflogen. What the fuck? Normal bleibt er immer stehen. Boah, aber wir machen die so weg. Ich kümmere mich um Sinn. Nein! Oh, der ist abgehauen. Shit, ich hab meinen Ult gejoggt. Ah, Sinn, Sinn, ich hasse Sinn, Alter. Der macht immer erst so Rechtsklick, dann Q und dann dash der. Der ist halt einfach... Ja, aber wir schaffen das nun mal gleichzeitig. Nee, das schaffen wir nicht mehr. Wir haben jetzt nicht gehört, irgendeiner irgendwie vorzustehen. Wir sollten halt zusammenbleiben, weil die werden wieder auf beiden Seiten flanken. Es wird vielleicht besser sein. Nee, schau, der... Jetzt kommen alle von links. Von links. Ich hab meine Augen getroffen. What the fuck, was macht der Janice? No, no, oh! Die Eevee hat ihre Ult auf mich gemacht. Ich kann nix machen. Du bist ja im Frischen. Ah, ja, wir haben... Ey, beide Tanks flanken aber. Die haben zwei Flanken und trotzdem flanken beide Tanks noch mit. Das ist so weird. Sie kriegen aber auch keinen Punkt mit der... Ich glaub, ihre Taktik ist halt... Aber echt schön. Ich mein, wenn Makoa von Anfang an flankt, dann ist das... Der kann halt schon ziemlich gut viel machen, aber... Kahn kann halt eigentlich im Prinzip nichts machen. Der hat... Einmal hat er mich getötet. Mehr hat er nicht geschafft. Irgendwie. Ich muss echt aufpassen. Der Kahn hat es echt auf mich abgesehen. Der Kahn hat es ja komplett auf mich abgesehen. Er hat es aber verkackt. Ich muss kurz regenerieren. Ich kann kurz nichts machen. Ich muss kurz chillen. Shit. Eevee hinter uns. Eevee hinter uns. Na, ich bin tot. Eevee von hinten. Och, Sinn hat wieder ein Leben. Ich glaub, wenn halt entweder... Wir müssten halt am Anfang alle pushen, oder halt gar keiner. Weil wenn die von der Seite kommen, da sind nur zwei oder drei Leute da oben, dann machen wir uns weg. Wenn halt alle oben wären, dann hätten wir eine Chance, wenn halt keiner oben ist, weil wenn wir dann direkt auf den Punkt sind. Eevee hinten. Eevee tot. Ich bin ja echt tot. Nee, nee, alles gut. Servus, es gab dies. Ey, alter! Sinn, fuck zu ab. Ich kann halt einfach nichts gegen Sinn machen und Kahn. Sinn und Kahn fokussen nicht irgendwie. Ich kann nichts dagegen tun. Nein, nicht schon wieder, ey! Also, das ist echt asozial. Alter, Sinn und Kahn. Wie oft soll der Makroa eigentlich sein, was? Ach, gutes Ding. Der Makroa ist weggegangen und so hat dann erst durchschieben können, weil er unbedingt mich töten wollte, der Makroa. Die gehen halt komplett nicht auf... auf den Punkt oder so, sondern die gehen nur auf Kills. Die flanken die ganze Zeit... Also, ich werde die ganze Zeit von Kahn und Sinn verfolgt, die gehen nur auf Kills. Aber halt die ganze Zeit, wo mich irgendwie Kahn und Sinn da verfolgt haben, in der Mitte, habt ihr einfach das Payload durchgepusht. Ich gucke mir hier auf den Punkt drauf. Ja, mache ich jetzt. Ich gucke erst, wenn wo die kommen, dann komme ich. Wir können am Anfang echt immer ganz gut gut Scentile machen, wenn die auf ihnen in der Seite kommen. Jetzt gehen sie, glaube ich, auch in die Mitte. Ja, ja, die kommen wieder von hinten, von hinten, von hinten. Ah, zu wenig Healing. Aber ihr Chen ist ein richtiger Bot. Aber wir holen, wir holen, glaube ich, einen Punkt. Ja, das ist halt gut. Also, was ist der Champions-Von-Träger? Vielleicht Internet. Ja, ich im Morte auf den Punkt. War aber trotzdem eine gute Runde. Ich finde halt irgendwie ihre Taktik... Die haben zwar... Die haben uns zwar die ganze Zeit gekillt, aber sie sind halt nie auf den Punkt gegangen. Leider nicht bester Damager. Ja, konnte sich aber ganz gut sehen lassen, würde ich sagen. Ja, zweitmal ist der Damage aus dem Team. Der Makawa hat noch ein bisschen mehr gemacht. In der Sinn. Oh ja, damit kann ich leben. Und jetzt nächste Runde, die aber erst im nächsten Video seht. LOL. parcel Nummer 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 Nummer... Vielen Dank.